Der Dativ gehört in der Grammatik zu den Kasus. Er bezeichnet in indogermanischen, synthetischen Sprachen das indirekte Objekt. Er kann darüber hinaus weitere Funktionen haben. Der Dativ heißt in der deutschen Grammatik auch dritte Fall oder wem Fall. Sein Name rührt daher, dass er den Empfänger das Gegebenen darstellt. Das Wort Dativ ist entlehnt aus Lateinisch dativus zu lat. Der geben und lat.datum gegeben ist. Für den Dativ wird im Deutschen die Frage wem benutzt. Beispiel Ich gebe der Frau einen Notizblock. Frage Wem gebe ich einen Notizblock? Antwort der Frau Eine Verbergänzung im Dativ bezeichnet man auch als indirektes Objekt. Es ist der Kasus des statischen Zustands oder der Lagebezeichnung des Besitzers und des Empfängers oder im Sinne von Otto Behagel bezeichnet der Dativ die Person, der ein Vorgang oder Handlung sich zuwendet. Dativ als indirektes Objekt Der Dativ wird von einigen Verben, Adjektiven und Präpositionen verlangt. Die wichtigsten und am häufigsten gebrauchten Verben in der deutschen Sprache, die den Dativ verlangen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Verben des Gebens und Nehmens wie geben, bringen, schenken, leihen, schicken, helfen. Verben der Mitteilung wie sagen, antworten, empfehlen, zeigen, erklären. Diese und ähnliche Dativ-Verben bezeichnen eine Interaktion zwischen zwei oder mehr Personen. Beispiel Ich empfehle dir die Wikipedia Das Subjekt im Nominativ Ich empfiehlt der Person im Dativ dir das Objekt im Akkusativ Wikipedia. Weil alle diese Verben mit Dativ eine Handlung bezeichnen, die an eine Person gerichtet ist, ist das indirekte Objekt eigentlich der Partner in der jeweiligen Interaktion. Eine dritte Gruppe sind Verben, die eine Beziehung bezeichnen, etwa gehören, schmecken, ähneln. Dativ bei Präpositionen Einige Präpositionen erzwingen den Gebrauch des Dativersus. Die Präposition mit beispielsweise zieht im Deutschen stets den Dativ nach sich. Präpositionen, die immer den Dativ nach sich ziehen, sind Aus, außer, bei, ent, gegen, entsprechend, gegenüber, gemäß, mit, nach, nah, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge und einige andere. Für die häufigsten Vergleiche auch den Merkspruch von aus, bei, mit, nach, von, seit, zu, fährst immer mit dem Dativ du. Bei einigen Präpositionen des Ortes können sowohl Dativ als auch Akkusativ stehen. Der Dativ gibt den aktuellen Ort an, während der Akkusativ die Richtung auf ein Ziel bezeichnet. So verhält es sich mit in. Diese Wechselpräpositionen, bei denen entweder Dativ oder Akkusativ stehen kann, sind in an, auf, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen. Die Präposition abfordert den Dativ bei Ortsangaben, der Zug fährt ab dem Hauptbahnhof. Bei einigen Präpositionen wird umgangssprachlich der Dativ als Ersatzform für den Genitiv verwendet. Der Gebrauch des Dativs ist bei Genitivpräpositionen dann obligatorisch. Wenn das Nomen nicht von einem Artikel oder einem Adjektiv mit Kasusendung begleitet wird, Beispiel, mit Genitiv wären viele Tage. Nur mit Dativ wären Tagen. Typen. Es werden verschiedene Bedeutungen unterschieden. Es folgt eine unvollständige Liste der Dativbenutzungen. Dativus komodi bzw. der Dativ bezeichnet, zu wessen Vorteil bzw. Nachteil etwas geschieht? Beispiel, der Dativ bezeichnet die innere Teilnahme, z.B. von Eltern oder Großeltern. Neben dem Dativus Atticus kann ein echter Dativ stehen. Beispiel, im Kölschen steht er in der zweite Person Singular oder Plural, Beispiel, Datveoerich in den Käuferzel. Dativus Possessivus Der Dativ bezeichnet eine Person oder Sache, auf die ein Teil bezogen wird. Beispiel, im Lateinischen, mi equus est. Wörtliche Übersetzung, mir ist ein Pferd. Gemeint ist, ich habe ein Pferd oder ich besitze ein Pferd. Der Dativ bezeichnet den Standpunkt, von dem aus eine Aussage gültig ist. Beispiel, tritt meist im Zusammenhang mit Gradpartikeln wie, zu, allzu, genug, etc. Auf aber auch mit bestimmten Adverbien wie, peinlich, klar oder unheimlich. Der Dativ drückt einen Zweck aus. Er ist im heutigen Deutsch selten unwirkt gespreizt. Beispiel, Schriftsprache im Vergleich mit der gesprochenen Sprache. Besitzanzeigende Dativkonstruktionen nach dem Muster Nominal Phrasedativ Possessiv Pronomen 3. Pers Singular, Plural, Substantiv, Nominativ sind seit langem in vielen deutschen Dialekten und der Umgangssprache verbreitet. Belegt sind sie seit Althochdeutscher Zeit, du ua demo balteres uolonsen uo z bierenkitt dem Fohlen sein Fuß. Die Nominalfrase kann dabei auch durch ein Demonstrativpronomen oder eine Interrogativpronomen repräsentiert werden. Ferner sind rekursiv ineinander gebetete Konstruktionen möglich. In Teilen des Rheinlands und Hessens ist auch die Konstruktion, wem ist der Hut. Der Hut ist dem Mann gebräuchlich und wird dort sogar von vielen Sprechern irrtümlich als standardsprachlich korrekt wahrgenommen. Sowohl in der Schriftsprache und der gehobenen Sprache als auch in der hochdeutschen Umgangssprache sind diese Formen jedoch nicht üblich und gelten. Als stilistisch fragwürdig. Aus Druck findet diese Haltung in dem von Bastian Sick aufgegriffenen ironischen Sponti-Spruch der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Aber auch da, wo eine Präposition in der Standard- und Schriftsprache den Genitiv fordert, ist der Dativ in der Umgangssprache häufig. Umgekehrt wird in etlichen Fällen der nach bisherigem Sprachgebrauch unsingebotene Dativ durch den Genitiv ersetzt. Beispiele Gemäß entgegen, dank, laut Regional wird manchmal statt des Dativs vor allem in Kombination mit der Präposition mit der Akkusativ verwendet. Also beispielsweise, mit die Füße oder, mit deine Freunde, Besonderheiten der Dativbildung. Substantive, die im Genitiv Singular auf es enden, also stark gebeugte männliche und sächliche Hauptwörter, kannten im Mittelhochdeutschen die spezifische Dativendung E. Diese wurde in früh-neu-hochdeutscher Zeit teils aus laut gesetzlichen Gründen und teils aus morphologischen Gründen E abgebaut. Existiert aber in den ostmitteldeutschen Mundarten bis heute. Im Schulunterricht wurde dieses Dativ E bis vor wenigen Generationen allerdings noch so streng verlangt, dass es in der Schriftsprache bis etwa 1940 noch oft benutzt wurde. Im heutigen Sprachgebrauch sind diese Formen jedoch auch in der Schriftsprache seltener anzutreffen, sie werden vor allem in der gehobenen Sprache verwendet. Die häufigsten Ausnahmen stellen feststehende Wendungen wie beispielsweise in diesem Sinne, im Haus, Warnung vor dem Hunde oder im Jahre da, jedoch ergeben sich zwischen beiden Formen oft Bedeutungsunterschiede, Beispiele. Im Zug, im Zuge, im Punkt, im Punkte, am Tag, am Tage, am Fuß, am Fuße. Außerdem existieren diese Formen in etlichen präpositionalen Verbindungen mit Verben. Über etwas im Bilde sein, sich im Grabe umdrehen, jemanden zu Tode erschrecken, im Halse stecken und so weiter, mit Adjektiven, Adverbien. Zusammensetzungen aus Präposition und Substantiv, heutzutage, im Stande, zugrunde, etc. Punkt. Auch kann das Dativ Fee aus stilistischen und rhythmischen Gründen weiterhin gesetzt werden. Weitere Beispiele für die Verwendung der Endung auf Fee finden sich auch in Gesetzestexten, wie etwa in 911 BGB. Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks, was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass dieser Text am Ende des 19. Jahrhunderts formuliert wurde. Eine Erhebung von Behagel zum Gebrauch des Dativ Fee bzw. der endungslosen Form in 19 Texten von Martin Luther bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ergab keinen klaren Trend, sondern eine unstrukturiert wirkende Punktwolke. Es fehlen bei diesem Befund allerdings Daten des 20. Jahrhunderts. Die Endung e in Dativ Singular ist in folgenden Fällen nicht möglich bei sämtlichen femininen Wörtern. Bei Substantiven, die auf L, E, M, On, R oder einen Vokal enden, bei Eigennamen und Fremdwörtern. Letztendlich ist die Verwendung des Dativ Fee jedoch meist vom Sprachgefühl des Sprechers abhängig. Dativ Fon bzw. schwach flektierte maskuline Substantive kennen standardsprachlich im Singular ein Dativ Fon, z.B. dem Fürsten, dem Boten, einem Soldaten, auch das im Singular unregelmäßig deklinierte, neutrale Substantiv, Herz, hat im Dativ die Form, dem Herzen. Im Mittel- und Frühneuhochdeutschen wurde auch bei femininen Substantiven, die auf ihr enden. Der Dativ Singular durch Anhängen eines N gekennzeichnet, in einer Hütten. Diese Form ist heute ausgestorben. Sie findet sich nur noch in Wendungen wie auf Erden, auf Seiten, dann auch in älteren Texten bei Frauennamen. So etwa in dem aus der K.U.K. Zeit stammenden Lied Heil Franz Josef Heil Elisen. In gewissen deutschen Dialekten sowie im jüdischen ist N bei der Flexion von Personen Namen. Im jüdischen darüber hinaus bei gewissen Verwandtschafts- und Personenbezeichnungen immer noch üblich. Im Bayerischen ist das Dativ und Akkusativ N in alle Flexionsformen übergegangen, so heißt es hier auch im Nominativ Singular, die Wiesen, Wiesen. Im Plural ist die Dativendung on bzw. N standardsprachlich obligatorisch, zum Beispiel der Tag, die Tage, den Tagen. Das Feld, die Felder, den Feldern, oder die Mutter, die Mütter, den Müttern. In manchen deutschen Mundarten und in der Dialektnäheren Umgangssprache fällt die Endung allerdings oft weg. Bei schwachen und einigen starken Substantiven endet der gesamte Plural auf N, weshalb eine gesonderte Dativendung nicht zum Tragen kommt. Der Bote, die Boten, von den Boten, der Garten, die Gärten, in den Gärten. Wörter, die den Plural mit S oder A bilden, kennen diese auch im Dativ. Das Auto, die Autos mit den Autos, das Visum, die Visa mit den Visa. Andere Sprachen, das Altgriechische und das Lateinische kennen den Dativus auctoris. Das Altgriechische kennt darüber hinaus noch den Dativus instrumentib, den Dativus modi, den Dativus mensure, sowie einige andere. Diese drückt das Lateinische meist mit dem Ablativ aus. Dativ und semantische Funktion In der linguistischen Forschung zum Kasus wird diesem von etlichen Linguisten eine semantische Funktion zugewiesen. Die Kasusfunktion wiederum beschreibt, welche Funktion der jeweilige Kasus im Satz hat. Franz Willner sieht im Dativ etwa die Angabe eines Punktes, wo etwas sei.